Und als sie weg war, da wollte ich nicht mehr trinken. Ich meine, ich hab's getan, aber ich wollte es nicht. Lisa hat ihnen vergeben. Und nach ihrer Beichte heute hat Gott ihnen auch vergeben. Wer bleibt noch übrig? Ich schätze, ich verzeihe wohl nicht so schnell wie andere. Okay, was denken Sie, Riley? Sie sind gekommen, Joe. Sie sind hier, das ist genug. Das reicht nicht für immer, aber für heute Abend schon. Für heute ist das viel. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!